Sag doch selbst, Lämmchen. Es ist so. Anfang des zweiten Monats. Irrtum ausgeschlossen. Was kostet denn so ein kleines Kind? Nichts zu tun! Nichts zu tun! Nichts zu tun! Nichts zu tun! Ich sag ihm bis zwölf Bescheid wegen der Kündigung. Nur nicht arbeitslos werden. Haben wir das Geld, um anderthalb Monate lang zwei Wohnungen zu bezahlen? Das Geld. Das Geld. Wissen Sie, uns kleinen Menschen, uns geht's nicht gut jetzt. Du behauptest, ich hätte dir nichts von meinem Sohn erzählt. Dabei hast du doch diesen, meinem Sohn, eine Stellung beim Mantel besorgt. Wir stellen niemanden ein. Sie haben monatliche Kündigung. Eine Schande für den ganzen Stadt. Eine Schande für den ganzen Stadt. Schande! Das Fahnenhaus Mantel ermöglicht die Basis ihrer Existenz. Pinneberg! 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 Nur ein glücklicher Verkäufer ist ein guter Verkäufer. Kaufen Sie, kaufen Sie doch irgendwas! Kaufen Sie doch irgendwas! Ich bin ein Garnichts! Der Junge muss raus aus der Angst. Gehe, Wind, puste Wind. Nimm den Hut nicht meinem Kind. Zeige Wind zu meinem Kind. Gehe, Wind, puste Wind.